Mein Name ist Christelle Köhler, ich bin Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln und lade Sie ein, sich mit mir auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Unter dem Titel Was glaubst denn du? gibt es fünf Abende im Bonner Münster Carré, an denen wir uns über Glaubensfragen unterhalten wollen. Fragen, die Sie mitbringen, Fragen, die Sie immer schon stellen wollten, vielleicht aber auch Erfahrungen des Glaubens, die Sie mit anderen teilen möchten.